Hi, wir sind beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und die Stimmung ist mega gut, die Ersten sind auf der Strecke und bin gespannt, was die nächsten 24 Stunden bringen. Glückwunsch! Wie fühlt es sich denn an? Ja, hier kriegt man perfekt die Beine massiert, ich liege hier ganz gemütlich rum, muss nichts machen und fühle mich mega entspannt, richtig? Sehr angenehm für die Beine und für die Fußzone. Ich bin etwas nervös, aber das Ziel ja nervös ist schon meistens. Ich bin etwas nervös, aber das Ziel ja nervös ist schon meistens. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017